ich hoffe du hilfst uns wir werden nämlich abgeschlachtet okay und damit herzlich willkommen zurück zu let's play horizon zero dawn letztes mal richtig hinsetzen das kann ich bestimmt gebrauchen das auf jeden fall letztes mal haben wir die städte gesäubert es war sehr stressig weil wir nicht genügend von den präzisions fein hatten und die da die zersprenger pfeile haben kaum was gewirkt dann mussten wir halt mit den jäger fallen alles machen ein bisschen kompliziert noch eine platte etwas süßes der sonne sei dank du bist eine kämpferin und das können wir brauchen mein dämlicher boss hat uns die falsche kiste mitgegeben es stand munition drauf aber reinholz war drin ohne die munition haben wir kaum eine chance gegen wächter und anderes ich will dir gerne helfen schön zu hören wir brauchen ein langweil das ist ein strauß mit nümpel an die waffen an die waffen ohne munition bringt es ein langweil ein langweil ein langweil ein langweil Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Fast, komm! Runter! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Jetzt reiß ich nicht. Oh nein! 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 Puh! Mehr Maschinen! Lünderer! Warte, warte, ich muss erst mal hier... Ich hab hier einen Lünderer! Oh! Scheiße! Oh! 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 Was? 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 Oh, Oh! Was ist hier denn los!? Oh! 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 Ja, ich weiß, da! Ich weiß nicht, dass ich da auch nicht. Das war's für heute. Und jetzt- Uiuiuiuiuiuiui Uiiii iuiuiuiuiuiui Ach Drahl sehr gut Nein, dann sag's noch Ich brauch noch was Wkw Vegan Wkw Mehr Maschinen! Weiter Druck macht Spur! Das Urteil der Sonnenfrau! Das Urteil der Sonnenfrau! Das ist die Unternehmung! Das ist es. So, war's das jetzt? Ich glaube die, ähm, die Curse geht nicht weiter so lange. Mein, mein Typ hier ist. Aber ich will den nicht töten. Muss das dann aber. Gut. Ich fahr mir erstmal alles ab. Das waren ja jetzt super viele. Aber warum waren hier so viele? Wer? Ich? Ah, das... Ah, okay. Bei denen hält das Ganze nicht so lange. Okay, alles klar. Sehr gut. So ist es besser. Ja. Naja. Nice. So. Unterversorgt. Ähm, eine Karawane ist ohne anständige Munition. Ah, warte. Wohin muss ich? Also, wahrscheinlich sollte ich eine Spur markieren. Sehr gut. Das nehme ich lieber mit. Also, ja. Also, ich überlege gerade, wieso er geflohen ist. Weil, klar, das war eine heftige Schlacht und so weiter. Aber alleine hier in der Wildnis, ich weiß nicht. Weil ich hier, äh, außerhalb von, von unserem beschützten Dorf oder Land, das ist anscheinend, oder offensichtlich ziemlich krass, da alleine zu überleben. Hm, naja. Hm, naja. Hm, naja. Äh, was passiert jetzt? Warte, 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 ähm... Boah! Aber jetzt brauche ich was anderes. Ich wollte gerade rutschen. Alter, was ist das denn für ein Vieh? Ich brauche mehr Rüstung. Alter! Alter, es ist nicht so schön. Alter! Ah! Hm. Das werde ich noch brauchen. Definitiv. Wo ist er hin? Ich gehe ihn erst mal aus dem Weg. 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 Und schaue ihn erst mal aus dem Weg. Hmm. Oh, my God. Das war's für heute. Okay, das hilft. Kümmert euch wieder um euren Kram. Das nehme ich doch mit. Pürscher. Aber 15 Grad. Vielen Dank. Das war, das war super heftig. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Mhm. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Gut. Also... ja das war interessant und aufschlussreich aber hoffentlich kann ich irgendwann so so ein pürscher auch verbindet machen richtig gut weil sich muss nach hinten aber erst mal ein bisschen sammeln muss erst mal ein bisschen heilung sammeln weil ich habe ja auch kein das brauche ich später noch ich habe ja auch kein heilung mehr und so okay ich habe ich genug davon ist auch gut dann die ried gibst du noch ja offensichtlich vertraut okay der wurde nur einmal angeschossen ja hallo die karawane leben sie ja ich kann rechtzeitig danke wenn ich jetzt die sonne umarme verbrenne sie meine sünden zu schade immerhin hat er noch reue gezeigt das stimmt ja hat er sich nach der karawane erkundigt rechtlich nicht weil warum der ähm dann die sache geklaut hat also ja klar der hat gesagt dass er es erschulden hat aber es war ein bisschen zu kalkuliert du bist wieder da mit den liedkern wie ich sehe und die ried ein kircher hat ihn gepackt war nicht so schön und du hast ihn erledigt das gibt einen bonus hier dein anteil verdient ich übernehme ab jetzt wieder die reise verläuft ab jetzt glatter hoffen wir mal gut bemerkenswerte belohnungsküsten kiste dann schauen wir mal ob wir sie bemerken dann ich meine outfit gewebe ja gut so jetzt haben wir wieder money das ist gut ja ich speichern und ich würde sagen dann ähm ja sehen wir uns das nächste mal und äh wir räumen dann die verdorbenen zonen auf das wird mir spaß ich hoffe die werden leichter gut danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal macht's gut bye bye bis zum nächsten mal z is Untertitelung des ZDF, 2020